Diese Sendung wird präsentiert von Laola1TV. Die Innsbrucker Haie zeigen in Villach ihre Zähne, müssen sich am Ende aber doch knapp geschlagen geben. Vor 3000 Zuschauern geht der Villacher SV als Favorit auch mit 1 zu 0 in Führung, aber der HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck präsentiert sich stark. Die schrecklichen Donati-Zwillinge geben die Antwort, Tyler spielt ideal auf Justin und der trifft zum Ausgleich. Und die neuen Innsbrucker Publikumslieblinge erhöhen ihren Marktwert. Erneut trifft Justin Donati und die Haie liegen mit 2 zu 1 in Front. Knapp vor dem Ende müssen die Innsbrucker den Ausgleichstreffer hinnehmen und am Ende siegt der VSV mit 3 zu 2. Jetzt will der HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck beim Heimspiel am Freitag um 19.15 Uhr gegen Snowmo in der Tiroler Wasserkraft Arena an die starken Leistungen anschließen.